Das zu veräußernde vollständig renovierte Mehrfamilienhaus steht in Solingen-Solingen-Mitte. Das im Jahr 1954 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 690 Quadratmetern weist die Immobilie eine Wohnfläche von ca. 313 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 350.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017